Hallo liebe Reisefreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind Diane und Frank. Wir machen gerade einen spannenden Roadtrip durch Namibia. Mit dabei sind unsere Freunde Ruth, Gila und Bianca. Mit dem Sonnenaufgang starten wir heute recht früh, da wir eine längere Tour vor uns haben. Nach einem guten Frühstück machen wir uns auf in Richtung Swakopmund. Als heutige Strecke haben wir 345 Kilometer vor uns, aber es geht wieder über Schotterpisten und so haben wir für diese Fahrt heute fünfeinhalb Stunden einkalkuliert. Es ist eine abwechslungsreiche Strecke, die uns zunächst von der Wüste durch die Savanne führt. In Solitaire machen wir einen Stopp um zu tanken und hier gehört es zum guten Service, dass beim Tanken die Scheiben gereinigt werden. Das ist auch nach einer so wilden Piste dringend notwendig. Weiter geht unsere Tour über eine schöne Passstraße und Berge und dann durch eine lange Felsüste. Die Straßen sind teilweise endlos lang und kaum zu befahren. Wir sind froh, dass wir keine Reifenpanne haben. In Welfes B. erreichen wir die Atlantikküste und dort fahren wir an einem Township vorbei. Es wirkt einigermaßen modern, da schon viele Menschen in einem kleinen modernen Haus leben anstatt in einer Blechhütte. Weiter, am Atlantik entlang, erreichen wir unser Ziel Swakopmund, das Seebad mit stark deutscher Prägung aus der Vergangenheit. Unser Hotel Sestilz ist wie der Name besagt auf Stelzen. Es gibt neun Bungalos mit einem schönen Blick auf den Strand und einer wirklich stimmigen Einrichtung. Wenn ihr unsere weiteren Reisen begleiten möchtet, dann abonniert doch einfach kostenlos unseren Kanal. Wir würden uns darüber sehr freuen. Vielen Dank! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Zum Nachmittag starten wir einen Spaziergang in den Ort Zwackupmund. Vom Hotel sind es ca. 10 Gehminuten bis zum Zentrum. Da mein Koffer immer noch nicht angekommen ist, ist natürlich etwas Shopping angesagt. Im deutschen Brauhaus genießen wir ein kühles Bier, aber auch den unfreundlichsten Service in ganz Namibia. Wir haben bis jetzt so viele nette Menschen kennengelernt. Hier wurden wir von einer Deutschen bedient. Äußerst unfreundlich. Musik Den Abend lassen wir dann mit einem freundlichen Service und guten Essen an der Seebrücke im Restaurant The Took ausklingen. Musik 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 Hallo, guten Morgen! Am nächsten Morgen gibt es in unserem Hotel ein sehr gutes Frühstück mit einem herrlichen Omelette. Das ist auch richtig wichtig, da wir ins nächste Abenteuer starten. Sehr schön, seid ihr bereit fürs Abenteuer? Wir werden abgeholt von unserem Guide Jürgen von der Living Desert Adventure Tour. Jürgen zeigt uns heute das bunte Leben in der Wüste. The language of the original people here. Und die haben zu dem Revier gesagt und das heißt Durchfall. Diarrhea, Machwerk betekendet. Wenn das Revier drunter kommt, dann sieht das aus wie Durchfall. Wenn man davon trinkt, dann kriegt man Durchfall. Und dann habe ich mir gesagt, wieso haben die Deutschen diese schöne Städtchen genannt, die Mündung des Durchfalls. Zwar kommt Mund, aber dann ist mir klar geworden, in Deutschland gibt es Darmstadt. Ja. Also, sie mixen Biologie und Geografie. Ja. Long ears und der Rabbit has short ears, genau. So, es ist ein Heer, du schreibst. Okay, wenn wir in hier gehen, wir müssen die Buschmann-Newspapier lesen. Oft auf Kurp von Schakalen wie Emil und so weiter. Auf Hunde Kurp Sekt. Okay. I think we're gonna stop here. Siehst du, hier war schon wieder viel los heute Nacht. Wunderschön. Und Schlangen, die die Eidechsen fressen. Und der Schakal, der die Schlange frisst. Und der Kameleon, der den Käfer frisst. Und die Schlange, der das Kameleon frisst. Und der Turmfalken, der das Kameleon frisst. Und so weiter. Da hast du die Nahrungskette. Das ist so einer. Hier ist der Schakal gelaufen, in die Richtung. Sehen wir das? Ja. Der Schakal. Guck mal, hier ist wieder ein Geset. Guck mal, wie der die Füße nebeneinander setzt. Nicht kaputt machen die Spur. Ja, da ist er noch. Da ist er noch. Ein Fakt. Ganz selten wird ein Mensch hier gebissen von Schlangen. Und noch seltener stirbt er davon. Guck mal aus. Sie hat hier aber richtig gesprungen. Große Schritte. Guck mal, wie die gesprungen ist hier. Ein halber Meter. Sie hat es richtig eilig gehabt. Hier in die Richtung. Jetzt sieht man das, weil der Untergrund hat eine andere Sand. Ja. Sieht man das ganz deutlich. Oft ist das der gleiche Sand. Dann siehst du nur eine Änderung von dem Muster. Seht ihr dieses Muster hier? Ja. Wenn das unterbrochen wird, weißt du. Und hier ist eine Spinne, die ihren Tunnel gerade reingebaut hat. Aber wir graben jetzt erst mal nach dem Gecko. Wenn du jetzt von hier kommst, guck mal hier, dann siehst du den Tunnel da. Ja. Ja. In ungefähr 20 Minuten haben die so einen Tunnel gegraben. Ich muss ganz vorsichtig machen, denn der ist so zart, dass ich den ganz schnell mit meinem Fingernagel kaputt reiße. Die Haut geht ganz leicht ab. Und da muss ich enorm vorsichtig sein. Jetzt ist es ab. There he is. There he is. Haha. Schau mal. Aufgerollt. Jetzt stell dir mal vor, ich gehe in der Nacht hin und reiß dich aus dein Bett raus, dieses arme Tierchen. Oh, gar nicht so klein. Da bin ich angenehm überrascht. Und ein Weibchen. Halleluja. Yes. Weißt du das? Die hat einen größeren Mund als das Männchen. Wunderschön. Ist der wunderschön. Oh Jürgen, so schön. Das ist. Fast ausgewachsen. Ist eigentlich schon ausgewachsen. Entschuldigung, ausgewachsen. Aber siehst du, da sind zwei Eier. Ja. Wo man noch erkennt... Wo sind Eier? Da, das Weiße. Siehst du da? Darf ich die mal streicheln? Nee, nee, nicht bei dem. Okay. Guck mal hier, die Haut, wie dünn die ist. Oh Gott. Wenn du da zu vorsichtig bist, dann geht die ganz schnell ab. Ist sie süß? Really. Some of them stand up and they look at you, they like macho. Oh Gott, ist der schön. Is he breathing? Ja. Bedeckt ist. Das Restlicht vom Mond und den Sternen ist ausreichend. Sie kann super gut sehen. Einmal noch ein Portrief. Ja. Guck jetzt, guck jetzt, guck jetzt. Der Kopf verschwindet gleich. Die Zunge züngelt. Ja. Und jetzt zieht sie den Kopf gleich rein. Die Spinne, da will ich nicht ihr Netz. Und sie wird sich dann nochmal eingraben. Ist okay. Ah, die hat sich jetzt auch das Netz kaputt gemacht. Das ist ein ausgewachsenes Weibchen. Und sie ist pregnant, ne? Die ist prächtig. Ich hol sie gleich runter. Vorsicht, nicht auf den... Frank, komm mal hierher, bitte. Oh. Nicht auf den, ähm... Okay. Auf das Netz treten. Auf die Blumen treten, ne? Madame, ich will dich nicht fressen. Keine Sorge. Sie versteht dich nicht. Oh, verzeih mir, verzeih mir. Oh, verzeih mir. Oh, verzeih mir. Oh, verzeih mir, ob ich mir zu hart. Still stehen bleiben. Du hast Nerven. Na, das ist richtig. Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. See how it moves. Genau. Siehst du, wie sie seitlich bewegt? Mit dieser Form von Fortbewegung hat sie immer die Hälfte vom Körper nicht am Boden. Kann dadurch über sehr heißen Sand sich fortbewegen. So, she can move over very hot sand. Und dann hast du das nicht. Ganz still stehen bleiben. Gott, die ist ganz wein. Halt mein Mund. Still ist still. Nur still stehen bleiben. Ja, hat sie ja auch perfekt gemacht. Ich hab gedacht, Entschuldigung. Du hast Nerven, Janka. Ja. Side-wide, they can climb the steep side of the dune. Ja. A three-meter cobra cannot do that. Ja? Weil sie macht ihre eigenen Stufen. Ah, ja. Also Respekt. Woran siehst du denn, dass das die schwanger ist? Ja. Ja. Und das ist sehr schmerzhaft. Und da, wie gesagt, dann schmilzt du ganz stark an. Ja. Jetzt. Das müsst ihr jetzt filmen. Weil ich will sie nicht nochmal rausholen, um sie nicht extra unnötig zu stressen, ne? Ja. Drück ab. Ach, die machen die. Ja. It's impressive. Ja. Good diggers. Ja. Ich hab ne Telefone drauf. Ab wie lange Tagen schon? Geil ist so. Was ist hier? Ach ja. Das ist ein Mauseloch. Na, ein bisschen. Weil da... Ah, guck mal, wunderschön. Morgen! Morgen! Ja, sieht gut aus. Pferde, obwohl sie so große Hufen haben, zerstören nicht. Ja. Wir sind gefangen und begeistert über die anschauliche Erklärung des Lebens in der Wüste. Nie hätten wir gedacht, dass so viel Leben unter unseren Füßen existiert. Dann denkt sie, es ist ein Vogel, kauft sie den Sand, sonst fang ich die nie. Hast du jetzt eine gefangen? Ja. Ja. Oh, okay. Das ist interessant. Das ist der Ferrari. Der Lamborghini ist die Keilschnauze. Dieser hat mir eine runde Schnauze. Die wird sich gleich beruhigen. Ah, ja. So. Ihr könnt die auch anfassen. Die Haut ist sehr zäh. Guck mal hier. Ja, ja. Wenn ich das mit dem Gekko gemacht habe... Kann die beißen? Ja, aber ist nicht giftig. Acht, warte. Mach nur, mach nur. Pass an. Ja. Ach Gott, ist die süß. Wie so ein kleines Krokodil. Hör doch einmal auf jetzt. Was soll das jetzt? Ich hab doch Schiss vor. Jetzt hörst du auf. Ja, ich fütter sie gleich. Ja, die kämpfen jetzt auch. Hier. Jetzt kommt der Nächster. Ja, der muss auch was kriegen, ne? Ja. Der geht schon nicht weiter. Neben die Loch. Müllwurm hin, hier. Gott, wie das ist. Lecker. Mein Gott. Denkt dran, Eidechsen haben gespaltene Zungen wie Schlangen. Lizards have forked tails like snakes. Hehehe. Hehehe. I think some... Four tails? Four legs. Nee, gefucked tails. Das wird ihnen so beigebracht von den Pastoren. Der ist... Der ist... Der ist... Der ist... Das ist weich. Ganz fein, ne? Das ist wie so ein Pushy. Ja. Der... Der... Das Magnetit ist natürlich schwerer als der Quarzsand. Mystic, Mystic. Nicht Mystic, sondern Mystic. Aber garantiert, guck mal hier. Was heißt das? Du bist ein haariges Weib. Geht durch. Das geht durch. Ja, das massiert doch bestimmt auch und das ist gut für den Blutfluss. Auch während unserer Fahrt wird bewusst Wert auf Naturschutz gelegt. Wir fahren immer die gleichen Spuren ab und es geht los mit der wilden Fahrt in den Dünen. Ja. 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 Na... Nu. Ja. 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 Einfach die Living Desert Tour. Es ist so interessant und es lohnt sich wirklich. Musik Überglücklich von diesem tollen Tag lassen wir den Abend ausklingen im Jettis auf der Seebrücke von Swakopmund. Musik Da sind sie wieder, die Austern. Musik 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 Musik